Herzlich Willkommen zum Podcast, heute habe ich zu Gast Liam Embi, er nennt sich eigentlich Marco Blöking, er ist 29 Jahre alt, er ist seit 2012 bei der Marina, er hat noch 3 Jahre, sagt er, zwischendurch Pizza ausgeliefert und jetzt ist er bei Motionworks tätig, er ist seit Juni 2018 und hat ganze 6 Leute im Team, eine riesen Produktion, er hat mir vorher schon im Vorgespräch erzählt, er hat einiges an Produktionsaufträgen jetzt schon absolviert und fängt nach 3 Jahren, wenn er dann fertig ist mit dem Bund, dann geht es richtig los, dann will er richtig durchstarten und dann hat er schon mal den Fuß in der Tür, wie man so schön sagt und ich freue mich riesig, dass du da bist Marco, herzlich willkommen. Ja, danke, dass du mich hier empfängst. Fangen wir direkt an und zwar wieder die 3 Oberthemen Persönliches, Ausrüstung und Marketing, also als erstes, wenn dich jemand fragen würde, der dich nicht kennt, sag mal, was machst du eigentlich vom Beruf, was würdest du dem sagen? Ja, wenn ich das jemandem erzählen würde, würde ich spontan sagen, ich setze Ideen um, visuell. Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt der große Künstler bin, ich gucke mir ganz gerne Sachen ab, ehrlich gesagt, lerne auch von anderen sehr viel, auch gerade aus der Filmemachergruppe. Wann hast du damit angefangen? Angefangen mit Videos habe ich eigentlich schon 2008, da habe ich den ersten Campcorder mir damals zum Geburtstag gewünscht und das war ein damals Full-HD-Campcorder, das war total up-to-date. Was gefällt dir denn an der Videografie so sehr, dass du wieder angefangen hast? Ja, das war dann so, dass ich dann von denen gestellt eine 1000D bekommen hatte und die hatte damals ja keine Videofunktion. Ich habe dann auch geskatet und sowas und ja, dann hieß es immer, ey, du machst ja Fotos, kannst du nicht auch mal ein Video machen? Und ich meinte, ja, meine Camp kann das nicht. Und dann habe ich irgendwann auf die Nikon D5100 gewechselt und die konnte das dann. So, dann habe ich wieder so ein bisschen angefangen, aber auch wirklich nur mal so für Freunde eben was abgefilmt oder so. Die konnte dann schon 1080p, also HD. Ja, ja, genau, 1080p, ich glaube, 30p kann das. Okay. Habe ich aber nicht wirklich genutzt. Und dann, ich komme ja auch aus dem Automobilbereich, sage ich mal, also Autos ist meine Leidenschaft und da haben wir ein Treffen organisiert. 2016, das war im August. Und dann haben wir herumgefragt, ob jemand da halt ein Video abliefern kann und dann kamen halt Angebote von ab 1500 Euro. So, und das war für unser kleines Treffen einfach, ja, nicht machbar. Und dann habe ich gesagt, hier, komm, gib mir 500 Euro, ich mache das, ja, so. Ich mache das Video, so, ich kann das, so. Und das habe ich gemacht und das ist dann so gut eingeschlagen, dass ich daraufhin eine eigene Seite aufgemacht habe. Und, ja, das war eben auch dann auf so großer Resonanz für mein erstes Video. Also ich hatte da, obwohl ich die Seite erst neu aufgemacht habe, 100 Likes drauf und ich glaube 20.000 Aufrufe. Also du hast das über Facebook, die Seite gemacht, so meinst du das? Ja, ja, genau, bei Facebook auch gemacht und dann habe ich mir gedacht, komm, das scheint ja ganz gut anzukommen, was ich da abliefer. Und dann habe ich da halt angefangen, gerade so im Bereich Autos. Ich hoffe sehr gut, dass dann 2017, weil dann einer aus der Tuning-Szene gefragt hat, hey, kannst du nicht auch mal ein Firmenvideo machen? Ich habe da eine Firma, die suchen jemanden, der ein Video macht und was hast du denn da für Preise? Ja, und dann stand ich da und, uff, ja, scheiße, ne? Und, ja, zwei Wochen später war dann das Gespräch über das Video und die Preise. Das wird mich später nochmal interessieren mit den Preisen, kommen wir nochmal zum Thema Marketing drauf zu. Wenn jemand anders über deine Videos was erzählen sollte, was würde denn sagen, was machen deine Videos denn besonders? Erstmal dadurch, dass wir zu zweit arbeiten, relativ verschiedene Stile abdecken. Er kommt eher so aus dem rockigen Bereich, auch musikalisch gesehen und ich eher so aus dem elektronischen Bereich. Ich denke, das macht es so besonders, dass nicht jedes Video eben auch gleich aussieht, sondern eben auf die Kundenwünsche angepasst wird und dass wir da nicht sagen, nee, können wir nicht. Und was ist jetzt, wenn du jetzt sagen würdest, dein Alleinstellungsmerkmal, was zeichnet euch aus? Erstmal, dass wir sehr flexibel sind, das hören wir halt immer wieder, wenn wir mit Kunden sprechen. Und wenn die dann sagen, ja, könnt ihr denn auch sonntags, dann haben wir ja auch kein Problem. Und da gibt es sehr viele andere Firmen anscheinend, die sagen, nee, wir arbeiten nur von Montags bis Freitags und dann müsst ihr gucken, wie ihr das hinkriegt. So, da sind wir bereit halt auch ziemlich viel auf den Kunden einzugehen. Ich glaube, das macht uns nochmal so ein bisschen besonders gegenüber mit Streitern. Ja, weil meistens haben die Chefs und so, die haben ja dann meistens am Wochenende Zeit, sagen, okay. Oder nur am Wochenende, das ist immer so. Wir können dadurch, dass ich zum Beispiel kann mir immer einen Urlaubstag nehmen, spontan. Ich kann heute sagen, morgen brauche ich einen Urlaubstag, dann habe ich den. So, da ist mein Hauptberuf sehr flexibel und dementsprechend können wir da auch sehr, sehr spontan filmen. Aber dein Plan ist jetzt, so wie ich das verstanden habe, schon, dass du nach diesen drei Jahren, wenn du fertig bist mit dem Bund, dass du dann sagst, ich möchte in die Videobranche rein. Ist das so richtig? Ja, genau. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Da mit meiner eigenen Firma oder mit unserer eigenen Firma selbstständig zu sein. Norm ist ja oft Soldat. Ja, er hat noch fünf Jahre und möchte dann auch einsteigen. Das heißt, in drei Jahren mache ich das hauptberuflich und in fünf Jahren machen wir das hoffentlich beide hauptberuflich. Ja, cool. Das ist das Ziel. Das ist schon mal ein cooles Ziel. Finde ich sehr cool, weil ich glaube auch, das wird die Zukunft sein. Auch gerade in diesen fünf Jahren, also in fünf Jahren glaube ich sowieso, dass es immer mehr Firmen geben wird, die auch professionelle Videomacher suchen werden. Von der Seite wäre genau richtig. Wie bildest du dich denn weiter? Größtenteils über YouTube, auf jeden Fall. Ich gucke mir sehr gerne YouTube-Videos an, mache das dann nach. Ich bin aber auch ehrlich, man lernt das nicht immer unbedingt. Also ich gucke das nach, mache es und dann beim letzten Auftrink denke ich mir, scheiße, wie habe ich das überhaupt gemacht? Weil man das, ist wie beim Navi fahren, ja? Also wenn man mit dem Navi fährt, dann kriegt man den Weg hier auch vorgegeben und danach fragt man sich, wie bin ich überhaupt hingekommen? Und so finde ich das manchmal bei YouTube-Videos auch. Probiere ich auch einfach ganz viel aus. Einfach gerade im Color Grading, da probiere ich einfach. Machen, machen, machen. Dann mal ausrendern, auf verschiedenen Geräten abspielen, gucken, wie sich das verhält. Ich denke, dadurch lernt man auch am meisten, was man auch behält. Also ich finde auch Color Grading ist so das größte Thema eigentlich, was so Videografie angeht, was so, was keiner sieht, aber was extrem viel ausmacht. Nächste Frage, was machst du denn in deiner Freizeit? Ja, auch Filmen. Also es ist nicht immer alles nur paid, sage ich mal, ja? Also ich mache auch mal Projekte, die mir am Herzen liegen. Und das sehe ich auch noch als Hobby an. Ich zocke. Was zockst du denn? Was spielst du da so? Moment, Call of Duty, das neue. Also Ego-Shooter. Da komme ich aber in letzter Zeit eigentlich eher selten zu. Ja, ich spiele schon, glaube ich, seit drei Jahren spiele ich schon nicht mehr. Ich habe letztes Mal beim Kollegen mal wieder, ich war vorher auch so und habe immer gezockt und gemacht und getan und jetzt frisst Video du meine ganze Zeit. Ja, das ist, seitdem ich das auch dann, ich sage mal, professionell nebenbei mache. Man muss ja auch Marketing und all sowas betreiben. Das ist das A und O, ne? Wenn die Leute einen nicht auf dem Schirm haben, dann boogen sie einen auch nicht, ne? Da kommen wir gleich zu. Nochmal die letzte Frage zu deinem persönlichen. Und zwar, wo siehst du dich in zehn Jahren? Ja, ich musste eigentlich damit anfangen, dass ich wahrscheinlich im August nächsten Jahres noch nebenbei ein Studium anfangen werde. Medienmanagement. Und dementsprechend möchte ich irgendwann in einem großen Konzern in der PR-Abteilung landen. Das ist dein Ziel, okay. Ich möchte eben zwei Standbeine haben, wenn ich aus der Bundeswehr rauskomme. Ich möchte halt nicht mit deren Händen dastehen. Das ist mir ganz wichtig. Falls das mit der Selbstständigkeit eben nicht klappen sollte, weil wir wissen ja beide, es gibt sehr viele Mitbewerber, es gibt auch sehr viele gute Mitbewerber. Ich weiß, ich kann es besser. Nein, Spaß. Aber ich finde immer, man sollte zwei Türen haben. Wenn die eine zu bleibt, kann man die andere immer nur aufmachen. Also entweder sehe ich mich mit meiner Firma in der Selbstständigkeit und das läuft alles gut. Und das Ziel ist es da auch nicht, zu viele Aufträge zu haben. Ich möchte halt, wenn ich selbstständig bin, nicht sieben Aufträge in drei Wochen haben. Sag mal, sagen wir es mal so. Ja, also ich möchte lieber zwei Aufträge in einem Monat als zu viele und davon aber leben können. Also das ist so das Ziel. Klingt kompliziert. Ja, klingt normal, weil dann kannst du dich auf diese zwei, also wenn du dann diese zwei Aufträge hast, weißt du auf jeden Fall, da kann ich mein ganzes Herzblut reinsetzen. Und die Aufträge werden auch perfekt, also dass man dann auch dementsprechendes Budget verlangen kann. Genau, man kann halt abliefern oder auch abliefern, also überzeugen und dann wird man wieder gebucht und kriegt auch seinen Preis, den man haben möchte. Man kann eben auch einfach produzieren. Du hast mit der Nikon angefangen zu filmen. Mit welcher Ausrüstung filmst du jetzt? Ich habe die GH4 und Norm hat die Alpha 7 III. Das ist aber bei uns nicht dein und mein. Also wenn ich die brauche, dann leihe ich mir die aus und wenn er die braucht, leihe er die sich aus. Das heißt, wir haben eigentlich ein gemeinsames Equipment, was wir uns aber unterschiedlich voneinander angeschafft haben. Die GH4, die Sony Alpha 7 III und dazu kommt die Drohne, die wir haben, die Mavic Pro. Die haben wir uns jetzt vor einem halben Jahr angeschafft, weil die auch sehr mobil ist. Das heißt, man kann damit auch gut reisen und sowas. Du hast keinen dicken, fetten Koffer mal hier rumschleppen, naja, das ist so. Ja, genau. Und wir waren zum Beispiel auch letztes Jahr dann in Polen zum Filmen und so. Da ist das schon praktisch, wenn man wirklich wenig Equipment mit dabei hat. Dann haben wir natürlich den Ronin. Den sieht man wahrscheinlich auch hier im Hintergrund. Ronin. Welche Programme nutzt du denn? Also für den Schnitt, für den Sound und eventuell Effekte? Ja, im Grunde eigentlich die Adobe Creative Cloud. Da haben wir ein Abo abgeschlossen natürlich mit zwei Lizenzen. Das heißt, er kann es voll nutzen, ich kann es voll nutzen. Und sonst nutzen wir eigentlich wenig anderes. Ja klar, manchmal Da Vinci, um eben Color Grading auszuprobieren oder auch mal Loots selber zu erstellen oder sowas. Das geht ja alles damit. Wirklich arbeiten tun wir wirklich nur mit der Creative Cloud. Also die ganzen Programme Premiere, After Effects. Auch Fotos machen wir auch noch. Photoshop, Lightroom. Das sind so die vier Hauptprogramme, die bei uns rund laufen. Und was möchtest du denn noch so an Equipment kaufen? Hast du da noch irgendwas auf der Liste stehen? Irgendwas, das ist so das Nächste. Da ist eine lange Liste. Ich kann die vielleicht sortieren. Drücken wir es mal so aus. Also nach Wichtigsten. Also ich habe mir das angeeignet im Frühjahr, meine Hardware-Regeneration zu machen. Das heißt, ich werde mir jetzt im Januar, Februar wieder neue Hardware anschaffen. Ich habe vor, so ungefähr 4000 Euro rauszugeben. Das wird dann sein eine GA5 und dazu einen Atomos Ninja 5-Monitor zum Rekorden. Plus Festplatten. Und wolltest du dann in 4K aufnehmen? Also arbeiten mit 1080p macht mehr Spaß, muss ich sagen. Und oft sind die Ausgabengeräte, auf die die Firmen das kriegen, eben auch nur 1080p-Geräte. Wir haben jetzt für die Metallbaufirma ein Messevideo fertig gemacht und die wollten das unbedingt in 4K haben. Und dann haben wir das auch in 4K natürlich geliefert und dann standen sie auf der Messe und haben gesagt, öh, unser Gerät kann nur 1080p. Und ja, die wollten auch explizit keine andere Version. Habe ich dann aber den E-Mail nochmal per Dropbox dann freigeschaltet und dann war gut. Ja, läuft vieles auch heutzutage noch auf 1080p, muss man eben so sagen. Für eine Beamer, auch auf größeren Messen, sind immer noch 1080p Beamer. Ja, ich meine, die Qualität ist ja, wir nehmen das ja auch auf mit 1080p, die Qualität reicht vollkommen, finde ich auch. Also, wenn du jetzt den Schnitt berechnen würdest in Tagen, mit wie vielen Tagen rechnest du denn da ungefähr? Oder welche Faktoren machst du davon abhängig? Ja, es ist natürlich immer unterschiedlich, ist ja klar. Es gibt sehr kleine Projekte, die wir machen. Das ist zum Beispiel dieses Essen abfilmen, das ist quasi nur eine Drehung, das ist ein 10-Sekunden-Video. Ja, und der Schnitt geht, wenn es eine Stunde ist, dann habe ich viel gearbeitet. Und dementsprechend berechne ich das aus. Es gibt aber auch Sachen, da haben wir für die Gamescom einen Trailer geschnitten von einem Gaming-Rechner. Und der hat dann schon, ich sage mal, sechs Tage in Anspruch genommen, schneiden. Dann Effizienz und Effektivität. Also, wie machst du das, dass du immer schneller wirst, effektiver wirst und dadurch dann mehr Geld verdienen kannst? Was ist da so dein, oder mehr Filme, mehr Geld, mehr Freiheit, mehr Freizeit, weniger Stress? Was ist da so dein Trick? Genau. Ja, Ziel ist ja, weniger Filme und mehr Freizeit. Na klar, es ist halt wichtig, die Arbeitsabläufe, ich sage mal, zu perfektionieren. Nein, deswegen auch auf jeden Fall werde ich mir diesen Monitor anschaffen, den Atomos, weil ich dann eben die Festplatte einfach direkt an mein Notebook oder an den Standrechner anschließen kann und direkt von der Festplatte schneiden kann. Ja, da wird schon mal auch viel Zeit wieder gespart, weil allein diese Zeit von der Festplatte auf die Festplatte des Rechners rüberzuziehen, das sind ja immer schon eine halbe Stunde oder so. Ja, obwohl ich das immer so mache. Ich habe auch einen Atomos Ninja Flame und die SSD ist zwar schon sehr schnell, aber sobald ich einen Schnitt fertig habe, dann kopiere ich immer da. Ich mache immer sofort, nachdem ich alles fertig habe, eine Sicherheitskopie. Also ich würde das nie direkt mit der Originaldatei anfangen zu schneiden, weil mir ist das schon passiert, dann ist irgendwas schiefgelaufen, Premiere ist nun mal dafür bekannt, dass es dann öfter mal abstürzt und dann ist die Datei kaputt und dann war es das. Und das ist wirklich sehr, sehr ärgerlich. Deswegen das allererste, was ich mache, ist immer eine Sicherheitskopie. Ja, Sicherheitskopie ist sowieso so ein Thema. Mir ist letztens eine externe Festplatte abgeraucht. Siehst du das? Siehst du? Zum Glück hatte ich es auf einer anderen, aber ich habe das auch nur, ich glaube, drei Tage vorher rübergespielt. Also hätte ich das ein bisschen schleifen lassen, dann hätte ich echt Pech gehabt. Genau, das meine ich. Das sind ja so Sachen, daraus lernt man, daraus macht man seinen Workflow immer besser. Deswegen, es ist zwar demotivierend, das zu kopieren, weil ich sitze da, oh, jetzt muss ich wieder hier eine Stunde oder eine halbe Stunde warten, aber es bringt auf jeden Fall was. Es bringt Sicherheit beim Schneiden und alles. Das ist das Schlimmste, wenn auf einmal die Dateien weg sind. Was auch wirklich hilft, Zeit zu sparen, sind schon mal, ich sage mal, Tastenkombinationen zu benutzen, so Steuerung C und so Klassiker. Das spart wirklich am Ende Zeit. Aber hast du bei Adobe, hast du da diese Tutorials angeguckt oder einfach nur bei YouTube alles gegoogelt, was du gerade brauchst? Ich habe da ins Handbuch geguckt für die Tastenkombination. Das ist mir wieder bei YouTube zu kompliziert. Ich kenne ja viele Tutorials, ich glaube, kennt jeder Filmemacher und ich finde, dass bei sehr, sehr vielen Tutorials einfach viel zu viel um heißen Brei gearbeitet wird. Ja, das Problem kenne ich. Ich hatte damals auch vor, wo ich angefangen habe mit dem YouTube-Video, was heißt damals, das ist ja vor ein paar Monate her, aber das so kurz wie möglich auf Punkt, weil das ist genau das, was ich vermisse. Das Problem ist aber, dass YouTube sagt, das ist doof für einen Algorithmus. Also du musst zwischen, ich glaube, acht und elf Minuten ist so die perfekte Zeit haben, dass das überhaupt lohnt, dass YouTube sagt, okay, das ist ein Video, das wenke ich weiter oben. Deswegen machen die meisten so viel bla bla drumherum. Ich weiß aber genau, was du meinst. Wenn man nur eine Information sucht, dann will man auch nur diese eine Information haben und nicht noch bla 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 und dann nach drei Minuten geht es dann erstmal los mit dem Content. Das ist dann schon sehr ärgerlich, ja. Durch den YouTube-Algorithmus so durchzublicken, das ist gar nicht so einfach. Das wird ja ständig verändert, das ist ja extra so, von Google gemacht. Das fängt bei so kleinen Sachen an wie eine Dateinabe und muss auch in der Überschrift und der Beschreibung auftauchen und in den Text, am besten noch in den ersten fünf und solche Sachen. Das ist total kompliziert, also ich hasse es, aber es lässt sich machen, ja. Nächste Thema, Marketing. Jetzt kommen wir zu dem Thema, wo ich dich immer so ein bisschen ausgebremst habe die ganze Zeit, damit du dich schon alles raushaust, damit, wie gesagt, der Content erst am Schluss kommt, haben wir gerade gelernt. Welche Marketingmaßnahmen findest du denn für Einsteiger am sinnvollsten? Ich habe da ganz viel zu erzählen eigentlich, aber ich würde sagen, wir beschränken uns mal auf zwei Sachen, die am besten funktionieren, meiner Meinung nach. Das ist wie immer, was dir auch jeder, ich habe ja deinen Postkasten auch gehört, wie dir jeder sagt, es ist einmal Facebook, Social Media allgemein. Gerade Instagram wird meiner Meinung nach immer wichtiger gegenüber Facebook, weil bei Facebook kickt man auch immer viel Mist auf die Timeline. Drücken wir es mal so raus, viel Mist, den man gar nicht sehen will. Und Punkt zwei ist einfach Türklicken putzen. Okay, also du gehst selber zu den Firmen hin und sagst, hier, hör mal zu, hast du Bock auf ein geiles Video? Ja, ich mache das so. Ich suche mir Firmen in meiner Umgebung raus, sage, okay, die scheinen seriös zu sein, groß zu sein. Ich sage auch immer, ein gewisses Werbebudget zu haben. Guck mir deren Internetpräsenzen erstmal an. Guck mal, was haben die einfach so? Was haben die überhaupt an Media? Dann siehst du viele, die haben einfach nur einen Text auf der Homepage. Dann kann ich immer schon angreifen und sagen, hey, guck mal, da jetzt ein Video. Das wäre doch geil. Viele Firmen haben auch sehr schlechte Videos meiner Meinung nach. Die zeigen oft diese Standardklauseln, wie wir sind die tollsten, weil, ja, ich sage mal, die sind so langweilig, so 0815 Image-Videos. Und dann kann ich immer noch sagen, hey, wäre das nicht geil, wenn man das so und so macht. Was mich jetzt interessieren würde, was ist denn das so und so? Also was ist denn das, was du sagst, das macht einen richtig guten Image-Film aus? Ja, ich finde immer, wichtig ist nicht das, wie man etwas macht, sondern warum man es macht. Nicht, wir haben die tollste Produktionsstraße Deutschlands, das ist nicht wichtig in einem Image-Video, sondern, ja, warum machen wir das, ja? So die Überzeugung der Firma. Also eher das Warum und nicht das Wie. Und nicht Wie und Was, sondern Warum. Das Warum ist wichtig. Und ich finde, so entstehen die besten Image-Videos. Marketing. Hast du dir irgendwelche, deine Zielgruppe irgendwie genau definiert? Hast du dir ein Avatar erstellt oder hast du dir mal aufgeschrieben, die und den möchte ich gerne erreichen? Ja, wir haben natürlich, ich sage mal, eher zwei Bereiche. Wir haben einmal Motionworks, was wirklich Firmen abdeckt. Und ein, ich sage mal, ich nenne das Produkt Automotiveworks. Da geht es wirklich rein um Autos. Automotiveworks war eben unsere erste Firma, wo aber noch keine Firma hinterstand, also kein Gewerbe. Es war aber unsere erste Marke. So, dementsprechend haben wir natürlich sehr viele, ja, Autolerds, Autohäuser, ja, vielleicht auch bald Autohersteller. Mal gucken, da sind wir noch in Gesprächen. Okay. Aber es ist eher wie der Zukunftsmusik. Aber es ist so die Autoleidenschaftlichen. Drücken wir es mal so aus. Das ist so 50 bis 70 Prozent unserer Kunden und unseres Bereiches. Okay. Das ist unsere Zielgruppe. Und dann haben wir eben Motionworks. Das ist der Business-to-Business-Bereich, wo dann wirklich nur Business-to-Business-Kunden sind und Image-Videos, Produktvideos, auch Fotos. Ja, also als Paket quasi zum Buch und Bauern. Genau. Es sind natürlich verschiedene Produkte, aber letztendlich geht es immer um irgendwelche Produkte, die Firmen verkaufen wollen. Bereitest du dich dann besonders auf Kundengespräche vor, wo du sagst, okay, das wäre jetzt vielleicht interessant für jemand anders, der das noch nicht gemacht hat? Hast du da irgendwie so Tipps oder so, wie du dich besser darauf vorbereiten könntest? Ja, wir bereiten uns im Grunde nur auf zwei Themengebiete vor. Das ist einmal, welchen Mindestpreis wollen wir erreichen? Wir haben keinen festen Preis, aber wir haben immer einen Mindestpreis, wo wir sagen, da arbeiten wir oder arbeiten wir nicht. Der da wäre? Bin ich mal ganz gespannt. Das hängt davon ab, was wir natürlich filmen. Wenn wir jetzt ein Produkt filmen, was wir jetzt bei uns zu Hause im Studio filmen können, wo wir nicht den großen Aufwand haben, dann liegt das so bei 500 Euro. Für zwei Minuten Film oder drei Minuten Film? Nein, nein, Produktvideos gehen meistens bei uns so von 30 Sekunden. Die Plattform wäre dann Facebook? Genau, Facebook, YouTube. Nur für Social, also nicht für die Webseite, sondern nur für Social Media, so. Das sind meistens so kleine Videos, wo die sagen, hey, das ist unser neues Produkt und zeigen kurz einfach nur, wie man es kennt von Apple. Mit schön weißem Hintergrund, das Produkt im Fokus und ich sage mal ein paar heiße Schnitte, ein paar Details und das war's. Das ist wirklich nicht der Aufwand, wenn man es mal gemacht hat. Ein paar heiße Schnitte, klingt ja auch noch. Ja, okay, alles klar, ich weiß, was du sagst. Ja, das Produkt kommt meistens per Lieferant oder per Post hierhin. Ja, dann haben wir zwei, drei Tage Zeit, das abzuliefern und in der Zeit ist das auch immer abgeliefert. Also, es ist... Wie machst du das denn, nur mit der Ronin oder hast du dann noch einen Slider? Nee, 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 da habe ich nur einen Slider. Also mit einem Meter zwanzig Länge hat der. Also, Slidlänge, das ist so ein Riesenteil. Nichts Mobiles, da ist auch nochmal irgendwas in so einem Edelkrone Slider oder so, den man dann auch mobil besser mitnehmen kann. Das wäre auch noch was, wo ich sage, da bin ich nicht abgeneigt. Obwohl ich von Edelkrone, die machen zwar, die machen zum Beispiel coole Werbung und die haben auch coole Produkte, aber ich habe jetzt bei Amazon ganz, ganz viele coole Slider gefunden. Die sind viel, viel, viel günstiger, weil Edelkrone ist schon übertrieben teuer. Also, das ist wirklich am Rande des Portemonnaies und da gibt es schon ganz andere Produkte, die kommen dem auch sehr nah qualitativ und ja, es gibt natürlich noch bessere. Also, von Reno, die haben noch bessere Slider rausgehauen, aber von, sage ich mal, für den Einsteigerbereich, nur damit immer eine schöne Kamerafahrt macht, die noch motorisiert ist, habe ich jetzt gesehen, gibt es schon ab 130 Euro. Also, das ist mit Akku-Patch dabei und keine Ahnung was. Also, das gibt es schon von bis. Ja, über Preis brauchen wir da nicht reden, also, das sehe ich genauso wie du, dass das ein bisschen extrem ist, was die kosten. Deswegen sage ich, da wäre ich nicht abgeneigt. Ich habe ja eben gesagt, was ich mir so als nächstes kaufen möchte, das ist echt so hinten, steht das an. Also, wir haben ja einen Slider, der funktioniert auch, der ist einfach nur unpraktisch. Also, hier steht er gut, aber ja, mitnehmen will ich den nicht unbedingt zum Beispiel auf eine Flugreise. Ja, da wüsste ich jetzt echt nicht, wo ich den hinpacken soll. Ja, da finde ich diesen Schwenkarm, weißt du, was du so ausklappen kannst, diesen finde ich zum Beispiel sehr cool von Edelkrone. Das ist, Wings oder so heißt, glaube ich, diese Serie. Kennst du bestimmt auch. Das finde ich eigentlich zum Beispiel sehr cool, dass du das überall mit hinnehmen kannst. Wir sind beim Thema Marketing. Und zwar, wie überzeugst du denn deine Kunden von deiner Arbeit und deiner Leistung? Ja, erstmal nehmen wir auch zu dem ersten Gespräch immer Beispiele mit. So könnte es aussehen. Das wird nicht genauso aussehen, aber so könnte es aussehen. So, das können wir liefern, das können wir bereitstellen. Es ist ja auch immer wichtig, wir haben auch aus vielen Kundensprächen rausgehört, dass viele Produkt bekommen haben und das wirklich nur auf einem Endgerät abspielen können. Wir versichern immer oder bieten immer an, dass wir das eben auch für alle Endgeräte rendern. Ja, außer jetzt abgesehen mal vom Kino oder so, so komplizierten Sachen, ja. Aber alles für Social Media, wirklich große Beamer und sowas, große Fernseher, dass das optimal dargestellt wird und sowas. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt für Kunden. Viele Firmen sind dann eben so und sagen, ja, da müssen wir dafür nochmal Geld und dafür nochmal Geld und dafür nochmal Geld. Also der Kunde irgendwann denkt, dass ich so, okay, ich sehe da vom Geld kein Ende. Ja, und wir haben, ich sage mal, einen festen Preis und liefern dann für alle Endgeräte eben die passende Fall. Ja, dann ist die Qualität das, was viele überzeugt. Ich sage mal, viele eingesessene Firmen, also gerade so Medienagenturen, filmen immer sehr statisch. Das ist das, was ich immer betone. Das ist immer oft gefilmt von einem Stativ. Also sehr, sehr viel von einem Stativ. Drücken wir es mal so aus, ne. Also da ist wenig Dynamik drin. Und diese Dynamik ist immer das, was die Kunden, wo die Kunden sagen, boah, das ist cool. Und dann können wir auch noch Drohnenaufnahmen bieten mit Genehmigungen und Führerschein und allem Drohnen dran. Und kennen uns da auch rechtlich aus und wissen, was man da darf und was nicht. So, da sind viele alteingesessene Firmen eben nicht so auf dem neuesten Stand immer. Und ich denke, da können wir viel überzeugen, wenn wir, ich sage mal, Fakten auf den Tisch schauen. Einfach so aus dem Gedächtnis raus, ohne es nachschlagen zu müssen. Aber das ist cool, weil du hast jetzt, ich habe heute jemanden angeschrieben, der ist irgendwie Drohnenspezialist. Und mit dem möchte ich nämlich auch noch einen Podcast machen. Und jetzt hast du rausgehauen, du brauchst einen Führerschein jetzt für die Drohne in Deutschland. Ist das wirklich so? Es ändert sich im Moment viel im Gesetz. Es soll jetzt im Moment noch nicht. Ab bis 5 Kilo braucht man noch keinen Führerschein. Ab 5 Kilo auf jeden Fall. Dann braucht man diesen großen Paragraf, ich glaube 18D oder so heißt der Führer. Also es ist eine Genehmigung. Wir haben jetzt die kleine, das heißt, wir können bis 100 Meter aufsteigen. Natürlich nicht in Flugverbotszonen und so einen Scheiß halt. Und dafür habe ich halt eine Einführung gekriegt und eine Schulung. Und wenn jetzt das neue Drohngesetz kommt, wird das EU-Wart geben. Das beförberte ich aber. Weil es ist jetzt so, dass man in jedem Land erstmal die Gesetze aussuchen muss. Und das ist teilweise echt mühsam. Gerade bei kleinen Staaten, wo jetzt nicht so der Tourismuswahnsinn ist, da findet man im Internet teilweise fast gar nichts. So und dann irgendwo in einem kleinen spanischen Kanton anrufen und auf Spanisch da irgendwie versuchen, was zu regeln, ist nicht so geil. Si, si, no, no. Genau, weil wenn es zum Beispiel fliegen wir wahrscheinlich nach Valencia zum Film, dann informiert man sich halt schon mal vorher. Und das ist gar nicht so einfach. Also weil die sind auch nicht bereit, Englisch zu sprechen. Ich habe letztes Mal, es gibt aber eine Webseite, wo du alle Länder, das war auch bei Filmemacher in der Gruppe, hat irgendeiner das gepostet, eine Webseite für Drohnen. Wenn ich das finde, da haue ich das nochmal raus, wo man alles nachgucken kann von jedem Land, die genauen Bestimmungen. Weil das Problem ist, Paragrafen lesen macht ja keinen Spaß. Das ist ja, ich habe damals angefangen, wo ich mit der Drohne angefangen habe, das mit dem Drohnenfliegen selbst fand ich nicht schlimm. Aber was ich schlimm fand, war, dass mit diesem Datenschutzgesetz gedöhnt ist. Was da noch dran, hinter, also, oh, da ist mir wirklich hinten rübergefallen. Also das war so viel, also das ist wirklich der Hammer. Deswegen, ich freue mich schon, wenn das klappt mit dem Drohnen des Spezialisten, das war da nochmal. Weil ich glaube, der hat auch richtig Ahnung. Das Problem ist, genau wie bei uns allen, der hat keine Zeit. Das war das Erste, was... Ja, gerne, aber ich habe keine Zeit. Deswegen müssen wir mal schauen. Vielleicht wissen wir es nächstes Jahr irgendwann was. Datenschutz ist ja sowieso ein heißes Thema. Hast du denn einen YouTube-Kanal oder selber irgendwas Social-Media-mäßig? Wir haben den YouTube-Kanal für unser, wie eben schon angemeldet, das Produkt Works, also Automotive Works. Da haben wir einen YouTube-Kanal. Da haben wir aber auch nicht das, was wir gewerblich machen, hochgeladen, sondern wirklich nur mehr das, was wir aus Spaß machen. Das ist das Hobby. Einen gewerblichen YouTube-Kanal werden wir demnächst auch noch aufbauen. Das wollen wir aber von Anfang an richtig angehen. Wir bauen gerade die Webseite auf. Wie ich schon sagte, wir haben ja quasi erst professionell letztes Jahr angefangen. Ja, da gehört einiges zu. Also Webseite ist Pflicht, YouTube-Kanal ist Pflicht und alles andere Social-Media-Gedöns auch. Genau, und das wollen wir halt komplett in einem launchen. Mit einem Design, mit einem... Ja, mit Subnail-Passendem und allem drum und dran. Das soll halt von Anfang an professionell rüberkommen. Das ist ganz wichtig. Das soll nicht so gebastelt rüberkommen. Gebastelt. Wie machst du das mit der Webseite? Machst du das über Jimdo oder machst du über Wordpress? Wordpress. Und das Design habe ich dann selbst gemacht. Ja, hast du schon quasi in Tüten noch nicht veröffentlicht. Doch, aber nicht offiziell. Ist schon erreichbar, aber ist noch nicht fertig. Genau, das war halt bei Motionworks auch das Problem. Motionworks ist ja so ein Allerweltsname. Hört sich dumm an, aber die Seiten waren... Alle deutschen Seiten waren schon reserviert. Ich will da nochmal irgendwann ein Video zu machen, weil das ist das, was mich auch brennend interessiert. Das Branding. Machst du das, was das mehr bringt? Mache ich das Branding zum Beispiel jetzt auf einen Produktname oder mache ich das Branding auf meinen eigenen Namen? Was würdest du jetzt sagen, du bist jetzt gerade beim Webdesign und beschäftigst dich damit, was würde dir mehr bringen, Marketing-mäßig? Auf deinen eigenen Namen umzusteigen oder auf einen Branding-Namen? Branding-Namen auf jeden Fall, bei meinem Namen zumindest. Es gibt echt coole Namen, ja, aber meiner, finde ich, meiner Meinung nach gehört nicht dazu. Also, Blöding, ja, hm. Ja gut, man könnte ja Marco Video, Markus Video, keine Ahnung. Ja, aber das klingt doch wieder als ein Hobby. Also, ich finde, professionell muss es der Nachname sein und der muss halt eben auch irgendwie cool sein. Ja, dann heiratst du eine coole Frau und dann hast du einen coolen Namen oder was dazu. Ich habe schon eine Frau und die will meinen Namen nehmen. Also, insofern findet sie einen eigenen Namen nicht so cool. Wir haben jetzt noch motionworks.studio bekommen. Passt im Moment sehr gut zu uns, weil wir halt sehr viele Produktvideos in unserem Studio hier machen. Ja, auf Dauer muss man mal gucken. Die eine Seite ist zwar beansprucht, aber nicht bestellt. Oder wird nichts drauf gemacht. Vielleicht kann man die irgendwann kaufen, muss man mal gucken. Aber die andere Seite, das ist ein Animationsstudio aus, ich glaube, ich weiß nicht vorher. Auf jeden Fall aus Deutschland und die werden ihren Namen auf jeden Fall nicht abgeben. Oder ihre Seite. Ja, kannst du ja mal lieb bitte sagen. So, und dann müssen wir halt gucken, dass wir vielleicht die andere Seite dann für uns kriegen. Aber erstmal so, für unsere Zwecke ist das erstmal gut. Okay, ja, also Namen finden ist gar nicht so einfach. Wie gesagt, Video Du, das war auch so eine Blitzidee. So, ah, geil, Video Du. De gibt es, gab es zu kaufen. Ich hatte genau das Gleiche. Das kommt mir alles so bekannt vor. De gab es zu kaufen. Ch gab es zu kaufen. At gibt es auch zu kaufen. Aber com war schon weg. Und net ist auch schon weg. Das ist eigentlich das, was mich interessierte. Und ich habe jetzt eine Anfrage gestartet, um diese Webseite zu kaufen. Also ich habe es mal gewagt. Und ich habe auch einen, da könntest du so eingeben, von was bis was willst du diese Seite kaufen. Da habe ich von 200 Dollar bis 500 Dollar eingegeben. Und dann kam, ja, die haben sich gemeldet, das ist kein Problem, aber die kostet jetzt 2000 Dollar. Dann habe ich gesagt, ja, 2000 Dollar ist natürlich schon mal eben aus dem Ärmel geschüttelt. Naja, mal eben, vielleicht später. Schauen wir mal. Erstmal gucken, wie es jetzt so läuft. Aber das wirst du ja wahrscheinlich kennen. Aber du willst dann jetzt, du bist ja dann international schon unterwegs. Das heißt, du willst schon was mit Punkt.com irgendwie sowas bauen. Ja, also im Autobereich auf jeden Fall. Ich sage, das läuft immer über Einladungen. Das sind so größere Tuning-Treffen. Das ist diese Tuning-Szene, Auto verändern und so. Und da haben wir halt eine Einladung nach Valencia. Oder, also wir können natürlich nicht, weil wir das nur Lebensberuflich machen, nicht immer alles machen. Wir könnten nach Polen wieder. Da ist ein großes Treffen. Breslau ist das. Nach Manchester. Oder eben nach Valencia. So, das sind die drei Sachen, die wir für das nächste Jahr geplant haben. Ja, aber Valencia wäre das erste, was mir ins Auge fallen würde. So schön, somme, palme, hübsche Frauen. Das wäre so das, was du ja von jedem geilen Video ja eigentlich kennst und erwartest. Ja, nicht das dunkle. Polen würde mir jetzt da nicht so einfach. Ja, genau, zum Beispiel. Es sind auch coole Regenaufnahmen, aber irgendwann hat man es dann gesehen. Ja, nee. Da musst du halt gucken, wie das halt passt. Cool, dann haben wir es soweit mit den drei Oberpunkten. Kommen wir nochmal ganz schnell zum Abschluss in die Schnellfragerunde. Es sei denn, du hast noch was auf dem Herzen, was du unbedingt loswerden möchtest, wo du sagst, da ist mir noch was eingefallen? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also, Schnellfragerunde. Ich würde dich bitten, gerne einfach die Fragen einfach zu ergänzen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay. Deine drei besten Tipps für eine erfolgreiche Videoproduktion sind? Vorbereitung, Flexibilität und Qualität. Wenn du deine Lieblingskamera zusammenstellen könntest, welche Fähigkeiten hätte sie? Also FPS, Pixel oder was wäre da so wichtig für dich? 4K muss sie können. Nicht, weil ich es im Moment brauche, aber weil ich finde, moderne Kameras müssen das einfach können. Mit mindestens 60 FPS. Also ich müsste gar nicht so krasse Specs haben. 4K, 60 FPS, am liebsten 12-Bit RAW. Okay, jetzt kommen wir doch zu krassen Specs. 12-Bit RAW und am besten noch intern. Und dann halt dementsprechend 1080p, vielleicht 120 FPS oder so. Okay, cool. Dein Lieblingsbuch ist? Stephen Hawking, Universum in der Nussschale. Dein Lieblingszitat ist? Das ist auch aus der Automobilbranche, also aus den Automobilfilmern. Wo Format 67 ist, du brauchst ein schnelles Auto, um ein schnelles Auto zu filmen. Das finde ich super. Ja, das ist natürlich auch ein geiles Argument beim Vorgespräch, oder? Ja, ich brauche schon ein geiles Auto, sonst können wir Ihnen leider keine geilen Aufnahmen machen. Ja, natürlich. Noch mindestens in drei Jahren drüber hinaus brauche ich das auf jeden Fall. Ich muss mich auch erst mal an das Auto gewöhnen, also bitte. Ich muss das richtig spüren, sonst ist das scheiße. Also, weiter. In fünf Jahren werden Videos wichtiger als Bilder. Dein Vorbild ist? Oh, das ist eine schwere Frage. Wenn ich eins benennen müsste, ist es Paul Walker. Aha, ja, der macht geile Aufnahmen, ja, stimmt. Der ist auch YouTuber und alles, der macht coole Aufnahmen, ja. Wie kann man dich erreichen? Also, Webseite sagst du, hast du noch nicht fertig, E-Mail hängt ja mit an der Webseite dran, das heißt, du hast die auch noch nicht fertig. Hast du denn, also, Motionworks ist jetzt quasi das, was man auch über Facebook erreichen kann? Kann man erreichen, ist aber auch nur im Aufbau. Das ist genau wie die Webseite im Aufbau. Klar, da auf der Webseite steht auch schon eine E-Mail, da stehen auch die Teammitglieder, die haben auch alle schon eigene E-Mails auf die Domain, das heißt, darüber kann man uns auf jeden Fall erreichen. Die werden auch weitergeleitet auf unsere Privaten, das heißt, das teamen wir auf jeden Fall. Das geht direkt auch sehr lieb, wenn da jemand schreibt. Aber sonst, Automotionworks bei Facebook, da ist eigentlich so die meiste Action, wo man auch mal was sehen kann, was wir so machen. Automotionworks bei Facebook, alles klar. Ich denke mal, ich werde das mal raussuchen, werde den Link dann auf jeden Fall mit in den Podcast reinhauen, damit die Leute auch wissen, ah, wer ist das überhaupt? Und ein bisschen vielleicht, wenn die ein paar Videos sehen können oder so. Ja, cool. Ja, dann sind wir eigentlich schon am Ende. Hat mich mega gefreut. Schön, dass du Zeit hattest. Ja, danke dir. Hast du noch irgendwas, was du noch raushauen möchtest oder? Nix. Nix. Ja, cool. Ich freue mich. Ja, haben wir auf jeden Fall. Dann haben wir soweit alles und ich danke dir nochmal tausend Mal. Danke dir. Ciao. Danke auch. Ciao. った. Ja. APP